Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Raditz und in der heutigen Folge werden wir versuchen, John Seed auszuschalten. Wir müssen uns dafür an ihm rächen, dass er unsere Freunde gefangen hält. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Boah, ich glaube, das wird jetzt hart. Okay, Blackshame, danke. Aber ich versuch's erstmal so. Auf meine Art und Weise. Ah, jetzt, da ist er. Nein, 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 nein. Nicht mich angreifen. Boah. Ach, du Scheiße. Die eigene Art und Weise, ja, äh, wie man sieht, hat's noch nicht so ganz geklappt, aber ich versuch's nochmal. Äh, ja, Blackshame, okay. Ist nicht einfach gerade. Also ich muss irgendwie den Beifahrer da erledigen. Der Vater gab dir eine Schuss zur Erlösung und du hast den Deckel offen. Ich werde hier oben getroffen. So. Guck mal, läuft doch. Also das Flugzeug ist auf jeden Fall besser als das davor, was ich da benutzt hab. Ach, du Scheiße. Wo ist denn der? Nein, das sind da mir. Oh, nee. Hallo? Also bis jetzt geht's noch. Ach, du, ey, wo bist du? Mann. Ich bin gar nicht anvisiert. Aber der findet mich auch nicht. Doch, jetzt. Jetzt hab ich dich. Kann ich mich irgendwie reparieren? Kann ich mich irgendwie reparieren? Junge, 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 Junge. Hallo? 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 Ich muss auf den Typen wahrscheinlich zielen. ne? Wow. Wir sind sogar gegeneinander geknallt. Na, 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 na. Mein Gott, ich hab den gerade mal die Hälfte abgezogen. Ja, toll, ich qualme. Aber ich glaub, der... Oh, nee, nee, der qualmt. Er qualmt. Guck mal. Oh, scheiße. Jetzt hab ich ihn verloren. Jetzt hab ich ihn verloren. Komm, noch ein bisschen. Nein, nicht, nicht, nicht dagegen knallen. Ey, Leute. Ey, Leute, Luftkampf, ne? Das ist gar nicht mal so einfach hier. Aber, macht Spaß. Jetzt haben wir eine Kollision verursacht. Jetzt haben wir eine Kollision verursacht. Wahrscheinlich ist er auch tot. Nacht, äh, nachts, äh, mit Flugzeug. Das ist echt geil. Na, sagst du was, Shuxu? Boah, Junge, Junge, Junge. Was? Hab ich den jetzt gekillt? Mit Kamikaze, oder was? Okay. Den Bunkerschlüssel. Ja, Shuxu, zum Glück nicht nochmal von vorne, aber... Eigentlich hätte ich gedacht, ich muss das jetzt von vorne machen, aber... Okay. Ja, ich hab den wirklich gekillt. Oh, guck mal. Nee, komm. Wir jagen jetzt mal nicht. Ach, du Scheiße. Boah. Hallo, wo bin ich denn jetzt hier runtergeflogen? Ey, Leute. Ich komm da nicht mehr hoch. Und weg ist er. Ja, aber diese Flugaktion, ey, da hätte ich echt keinen Bock gehabt, jetzt nochmal das Ganze zu machen. Kommt da jetzt einer hoch? Scheiße. Komm, wir hauen ab. Ich haue ab. Ah, die Stelle kenn ich. Ich muss ein Auto haben. Ich geh mal einfach mal den hier. Ja, Shuxu. Das wäre, glaube ich, zu viel des Guten gewesen, wenn ich da jetzt nochmal eine halbe Stunde rumfliegen muss. Ja, weg ist er. Warte mal, muss ich hier... Ich guck mal eben auf die Karte. Ähm. Da, muss ich hin. Achso, du meinst, ähm... Black Shemi, du meinst, der Kollege hat er dann hinten, äh, mit dem Geschütz... ...den, äh, bearbeitet. Ja, das stimmt, das stimmt. Ein Hund kann das schlecht, ne? Die Betonung liegt auf... ...wenn. Das stimmt. Wir erwarten den Kollaps-Gemeinschaften. Oh. Komm ich hier durch mit meinem fetten LKW? Könnte knapp werden. Autsch. Oh, Junge, wie eng ist das denn hier? Ne. Da komm ich nicht mehr durch. Achso, es gibt einen Fliegerass. Hätte ich vorher wissen sollen. Ist jetzt zu spät. Wer ist denn das? Achso, das war John Seed. Das war John Seed. Cool. Achso, der hat eine eigene Maschine, der Typ. Okay. Was für Joseph Reinhardt? In meinem eigenen Kuchen hat er immer nachgedacht. Hast du das? Alle halten mich überverreckt. Aber das stimmt nicht. Ich bin wieder hoch. Die Welt steht nach vorne. Du spürst es. In deinem Knochen. Siehst du geschlagt sein? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schessel? Weil du glaubst, du wirst es Menschen strecken, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst mich. Du glaubst nicht. Es ist dir egal. Möge Gott mit deiner Seele gnädig sein. Und tot ist er. So, wir haben irgendeinen Schlüssel bekommen. Äh, wofür eigentlich? Abgeschlossen. Es freut mich, wenn es dir gefallen hat. Vergiss nicht dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr wünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht die Glocke bei YouTube zu aktivieren, sonst könntest du Folgen von mir verpassen. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Also wenn ich streame, dann meistens immer ab 18 Uhr. Und, äh, mein fester Streaming-Tag ist momentan freitags um 18 Uhr. Aber kann sein, dass ich auch schon mal samstags spiele oder dienstags. Äh, einfach mal reinschauen. Ähm, sonst ein Follow hinterlassen. Dann kannst du auch, äh, direkt sehen, wenn ich online gehe. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Leute, ciao!